Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FeetDVs mit AK. Und ich habe hier auf diesen schönen Waypoint Homo Sapiens 2 Meter geschaut. Hey, mein Waypoint ist weg. Wamm, ich muss den neu machen. Oh, ist auch der zum Festland weg? Äh, dit. Äh, ja, bei mir sind alle Waypoints weg. No. Oh, nein. Aber ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Okay, gut, weil wir haben jetzt, wir haben außerhalb der Aufnahme nochmal geforscht, weil ich habe die Höhle da hinten nicht mehr gefunden. Und wir wollten wissen, wo, äh, Festland ist, damit wir nicht so ewig rumlaufen müssen. Also in die Richtung da hinten, soweit ich weiß, müssten es, müssten es circa 10.000 Blöcke gewesen sein. Oder 1.000 Blöcke hätten wir da schwimmen müssen, bis wir angekommen wären, wohlgemerkt. Und dann in die andere Richtung sind es ein bisschen weniger. Deswegen ist Torben auch ein bisschen rumgeflogen und alles und so weiter. Und jetzt, äh, gehen wir beide in die Höhle und farmen ein bisschen was. Und ich mache meine F1 wieder an, damit ihr wieder meinen Zeugster seht, meine Schnellleiste. Und ich lege natürlich mal wieder, wenn ich auf den Boden schaue. Äh, weiß Gott wieso, aber es ist so. Oh, steil runter. Amarin ist nicht so groß, als es da so steil runter geht. Nein, nein. Verdammt, ich habe das Wasser verfehlt. Tot oder nicht tot? Das ist hier die Frage. Das ist hier die Frage. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ja, der Monsieur Highway Cookie ist wieder nur hier, um dumme Kommentare von sie zu geben. Und dieses Mal ist auch Monsieur, äh, Madame Kalita hier, die man von unserem Let's Play Together Minecraft kennt. Genau. Also die gibt's nicht auf meinem Channel, sondern auf dem Channel, der unten in der Beschreibung steht. Nur auf unserem. Aha. Oh Mist, ich weiß nicht, ob ich deinen Channel verlinkt hab mit den anderen, bei den Videos. Shit. Ich muss noch schauen, also sonst, sonst verlinke ich ihn halt, wenn das erste Video schon draußen ist. Highway, stoppst du die Zeit? Ja, stimmt. Highway stoppt die Zeit, er hat nichts anderes zu tun. Bitte was? Zeit stoppen. Ich werde mal sauber am Arsch lecken. Ich mach das. Ich hab mein Handy auch neben mir liegen. Warte, ich hab schon, äh, Menü. Also ich, 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 äh, liefere hier mal wieder, äh, kinohafte Fights mit den... Geilen Zombies. Boah. In Anführungszeichen geil. Ich bin geil. Geil, oder? Und ich baue hier schon mal Erdbespieße. Mist, äh, ah, da hab ich, da hab ich Dinges. Und wie gesagt, mein Skin ist übrigens, oder ich hab's noch nicht gesagt, aber mein Skin ist selbst gemacht. Oh ja. Meine auch. Meine auch. Hast du die Pupil blau gemacht? Nein, das ist nicht blau, das ist türkis. Syan. Oh, ich hab was. Arsch lebt, Leute. Türkis-Syan-Blau. Navy-Blau. Nein, nicht Navy-Blau, du hast dein Skin noch nie gesehen. Alter, jetzt hör mal auf, Torben. Hey! Mann! Ich war zuerst da. Lüge. Au. Gut, dass ich da nicht weitergefunden habe. Ey, das grünes, das grünes Dingens. Oh mein Gott, das ist dunkel. Ey, du setzt Fackel. Alter! Alter, Vater. Da haben sich gerade die Pflanzen vor meinem Fenster bewegt. Oh Gott, das grünes Ding. Da haben sich gerade die Pflanzen vor meinem Fenster bewegt. Alter, das hat mich so, so erschrocken gerade. Es kann auch sein, dass deine Katze lang gelaufen ist. Wieso hast du da gerade den Stein weggemacht? Die wäre da fast runtergefallen dann. Okay, kann sein, dass du gerade übelst. Ey, baum ich dich hier ein! Aua! Soll ich mich hier nicht einbauen? Lass mich! Nein, es ist dunkel. So. Die kleinen Pflanzen hier leuchten. Ja, ist mir scheißegal, ich setz hier jetzt Fackeln. Ja, die habe ich natürlich vergessen, so in meiner Professionalität. Scheiße, ich stehe auf Erz. Bauen wir das Erz ab und bauen da was Neues hin. Zack. Und dann. So. Und vielleicht ist schon Hyrek-Poki in der nächsten Folge dabei. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Epi-Gund läuft. Nein! Warte, warte, ich jump da jetzt. Alter, da weiß es unten. Kalitha ist verschwunden. Nein! Boi! Nein! Ja, man muss wissen, wir haben hier nebenher noch ein Livestream, äh, noch ein Video- Live-Broadcast. Meeting. Video-Meeting. Wo wir rausgegangen sind. Ja, wir beide sind rausgegangen, dass unser Spiel nicht so leckt. Ja. Bro, ich habe grünes Zeug bekommen. Oh, 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 oh. Du bist nur ein Video-Anhalt. Dann, dann. Dann kann ich alleine wie ein Video-Triken. Juhu. Stürb-Zombie. Ja, okay. Zack. Nein, hör auf nicht zu schlagen. Oh, nee, das war's nicht geschlagen. Ja, ja, okay. Die Kristalle, die sind saugefährlich. Wenn du draufläufst. Alter. 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 So, das. Könntest du mal aufhören, bitte? Was denn? Oh, das Kreper. Achtung, 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 Achtung. Und, Kreper. Und wo ist das weiße Zeugs? Da ist das weiße Zeugs. Ich hab's. Ich hab auch ein bisschen was. Äh, wie heißt das? Light-X. Okay. So, ja. Kann ich im Moment noch nix mit anfangen? Vermutlich Licht, um Licht irgendwas zu machen. Da hab ich grünes davon. Okay. Das ist auch Green-Xorium. Zack. Und ich hab wieder so welche Leuchtekristalle gefunden. Leuchtekristalle wieder da. Alter, wir haben hier so viel Neues. Also hier kann man wieder was nur mit... Alter. Alter, sag mir doch, dass du hier nicht weg machst. Mach mal Licht an. Dankeschön. Was? Ah, okay. Das Blaue hier kann man aufm Boden noch nicht aufbauen. Schade. Eben. Nur mit Metall. Und hier haben wir Metall. Und hier haben wir nochmal Metall. Also bräuchten wir nur das oben. Sehr gut. Wir wollen uns nämlich einen Iron Furnace bauen. Äh, Generator als erstes Mal. Ja, aber, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wir brauchen jetzt hier in der Mine erstmal ne Spitzhacke. Und wir haben jetzt genug dann Eisen, so wie es aussieht. Warte. Shit, ich hab kein Holz dabei. Soll ich nur mal kurz rausgehen, oder? Ich hab Holz dabei. Okay, gut. Ich bin der Boss. Ich hab sogar... Ich hab sogar eine Workbench dabei. Sogar. Äh, kannst... Ich hab sogar zwei Sticks dabei. Äh, wir brauchen einen Ofen. Warte, I will... Warte, ich mach einen Ofen. Halt, ich mach einen Ofen. Äh. Fö. Fö, ich mach alles. Oh, schade. Oh, Schade. Oh, Schade. Oh, Schade. Ja, und bau den Ofen mal hin, du Arschen. Wie sag ich denn? Ah, stopp. Hallo, Ofen. So, gut. Also, ich mach mal mein Eisen da rein und ein bisschen Kohle. Hab ich natürlich auch dabei. Warte, ich brauch eins wissen. Ja, von mir ist das eine Eisen. Oh, gut. Wir haben acht Eisen. Von mir sind sieben Eisen. Haha. Also, ich krieg die ersten drei, um das zu machen. Nix da. Ja, okay, doch. Ähm, nix da, alter. Ich hab grad noch ein bisschen Eisen gefunden. Oh, oh. Und ich war schon wieder ein Zombie. Voll geil. Alles sortiert wieder. Mit einem Klick. Ja, ja. Inventory Tweets. Alter, das ist lebensrettend. Episch. Ich hab Lava gefunden und irgendwie so dreieckige Kristalle oder so. Komm mal zu mir. Alter, ich weiß nicht, wieso es bei mir so leckt, aber bei mir leckt es gerade. Ich hab einen Frame. Oh mein Gott. Scheiße, warte, ich geh mal kurz aus dem... Ja, okay, ich sollte vielleicht Steam mal schließen. Wahrscheinlich auch noch ein Upload offen. Nein, Excel sollte ich mal schließen. Wieso hast du Excel auf? Kein Mensch benutzt Excel. Ähm. Doch, normale Menschen. Um was aufzuschreiben. Sag ich dir nach der Aufnahme. Ach so, okay. Alter. Alter. Ich hab immer noch nur einen Frame. Trottel. Ich hab zwei Frames. Ich hab einen Frame. Du bist hammeri hart. Alter. Mein Computer ist sowas von Schmelztemperatur. Schmelz. Schmelz. Ja, Gehirn schmelzt. Und ich schwitze hier schon wieder. Ein Wunder, dann schmelze ich halt auch. Also wir müssen sagen, heute war der heißeste Tag im Jahr bis jetzt. Übel. Und danach so ein ultimativ heftiges Gewitter. Ja. In meinem Zimmer herrschen 40 Grad. 40 Grad. Bei mir sind gerade 29 Grad. Und das kann ich nicht abbauen. Schade. Also ich hab kühle 22. 40 Grad. Also meine Prozessoren sind aber 88 Grad und 91 Grad. Aus meinem Lüfter kommt Feuer raus. Feuer raus. Ich hab Kohle gefunden. Und ein bisschen. Das kommt auch aus meinem Lüfter raus. Hm. Ich kann die Kohle von meinem Lüfter geben. Ich hab Red Xichorium gefunden. Und okay. Das ist auch ganz gut. Okay, was ist los? Ich legge hier in der Gegend rum und versuche jetzt mal mit der Eisenspitzhacke hier das abzubauen. Ähm. Just like you always do. Also. Geh mal Optionen. Video Settings. Und dann stell mal einfach kurz. Geh auf Render Distance Short. Geh auf Normal und dann wieder zurück auf Short. Dann rendert es die Welt neu und dann wächst es nicht mehr, denke ich. Hoffentlich. Grafikeinstellungen. Render Distance. Short. Normal. Und dann müsste es eigentlich auch anzulegen. Auf jeden Fall. Ne, ich hab immer noch nur zwei Frames. Ähm. Hast du vorher erst bestätigt? Also. Hast du das ausgewählt? Äh. Bist rausgeknappt? Short. Fertig. Kann ich das hier abbauen? Ne. Schade. Das hier. Grafikeinstellungen. Ja. Das hier kann ich überhaupt bauen. Yes. Ich hab grünes Xichorium. Ne. Monatsit. Normal. Fertig. Monatsitur. Fertig. So. Zack. Zurück zum Spielen mal kurz. Das kann ich immer noch nicht mehr brauchen. Dann bewege ich mal kurz meine Sicht. Escape. Optionen. Also wie gesagt, ich mach jetzt alles gerade hier nur damit ihr eine bessere Quali habt. Und du. Oh. Schade. So. Zack. Oh. Ich hab hier was Leichtes gefunden. Oh Gott. Was ist das denn? Und ihr könnt mir gerne sagen, woran es liegt, dass es bei mir so leckt? Weil du scheiß Rechner hast. Das auch. Ne. Aber ehrlich. Äh. Falls euch irgendwas einfällt, wo ich meine Performance verbessern kann. Neuen Rechner kaufen. Nein. Bitte bist du schon wieder bei mir beendet. Ja. Das ist mal wieder richtig scheiße. Okay. Ich steh allein in der Höhle rum und guck hier gerade in meinem Menü rum. Ja. Komm. Nochmal. Bitte bist. Starte. Ausführen. Also wie gesagt, ich hab jetzt hier 2 Frames. Wie lang geht die Aufnahme noch? Äh. 4 Minuten 47. Warte mal. Was passiert wenn ich in den Himmel schaue? Krieg dann mehr als 2 Frames. Ne. Aber irgendwie in den Höhlen immer hab ich 2 Frames. Komisch. 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 Ähm. Render. 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 Render auf Smooth. Hast du das? Japs. Also Chunk Loading auf Smooth meine ich. Warte. Ich hoffe dass mich jetzt hier nichts wegbload. Load. Optionen. Lausseen. Ready. Damm. Darab admire ich den. Dank Greml in自己. Schöne. In klein trinken wird. Entzberg sharp liegt einstellen ganz normal. rechts rechte seite dann stellt mal um auf multichore dann auf normal und dann wieder aufs muss ich hab multichore prinzipiell ich versuche mal ob multichore schneller ist bei mir und schon sind wir jetzt hier wieder in der let's play world und da steht der ak mit seinen black problem ja und ich glaube ich mach so ich beende hier kurz die aufnahme schneid dann die beiden aufnahmen zusammen und dann habt ihr einfach bei mir ein kleines stückchen nichts müsst euch dann entweder beim der kredox anschauen wo oder gar nicht ihr wollt und bei mir habt ihr auch eine kleine pause gehabt gerade weil es sich wieder wie es bei mir beendet hat ja aber in dieser pause ist nicht so viel passiert also dann bis gleich wieder und so jetzt sind wir wieder zurück ich habe jetzt wieder 20 frames 16 frames 18 frames 19 frames alles gut ich habe hier übrigens safira abgebaut ja und ich habe ganz viel red psychoreum gefunden bauxite ohr und monatite ohr und ich habe jetzt halt ich habe jetzt halt eine etwas kürzere render distance als der liebe star credox ich brauche ich zeichen liebe hey hast du sticks ich brauche mir eine schwitzecke ich hab noch holz aber halt haben wir dann noch genug haben wir dann noch genug zeugs für abstehen für eine fernace dann aus am lokalen ja ne ich meine elektric fernace und generator generator hauptsächlich ja das haben wir ja nicht hier ja trotzdem haben wir da genug eisen noch für äh eisen ja klar wir haben einen alten kautschuk war das wichtigste was gefehlt hat und da hat der liebe star credox herausgefunden auf unserer insel ist ein einziger verdammter kautschukbau äh ja rubber tree genau ein einziger habe ich extra für euch ist er über die ganze insel geflogen wie so ein verrückter und hat gesagt rubber tree so richtig abgespaced halt und übrigens die folge ist jetzt schon überall weg ok stimmt weil wegen problemen lag und so äh bei ihm und bei mir weil sich VTBs einfach beendet hat und außerdem noch weil wir what the fuck und ich hab wieder mehr eisen gefunden ey ey komm mal her komm mal her komm mal her ok ich hab hier ein witziges material nein weg damit weg damit ja und zwar deswegen schau her das material hier was hier vor mir ist ist weiß mach mal ein fackel warte ist weiß mhm und jetzt stell dir ein fackel hin jetzt ist es schwarz oh mein gawd das material zaubern leute ja das ist sicherlich irgend so ein zaubermaterial warte ich baue es ab ja highway warte gehen die haier leutz warte das ist dark xynorium da okay xynorium naja also dann gutes Necklima hört sich jo bitte highwaycookie abonnieren wie immer ist klar also schleichwerbo bandit ja ähm wahrscheinlich spielt er dann schon in der nächsten folge mit wer weiß schleichwerbo xlp naja man hört sich bis dahin cheerio ciao ciao bis morgen im zug yes ähm in the train kannst du mir ne fackel geben oder fackeln geben oder meine fackel aufstellen oder sowas weil ich seh hier gar nix fast irgendwo hin hier ich bin hinter dir und ich frag mich was diese komischen stelle hier bringen die quarts sie sind für elektrizität teilweise ah ok wusste ich nicht also ich hab hier noch monazidohre und bauxitohre und aluminiumohre bauxit habe ich auch schon gefunden aber ich hab noch keinen plan was man damit machen kann äh da hoch muss ich zack zack und wir haben die pulle übersehen oh mein god zack ich wäre viel happier wenn es hier Holz gäbe ja wäre ich auch ich glaub ich geh mal gleich im weil äh kennst du noch den ausgang ja und ich würde dir auch schlafen gute nahe oooh da sind wir nur noch ganz alleine oh man Moment gab's da hinten noch andere Wege ja weiß ich nicht ich wollte nur grad das Ding haben wo bist denn du du bist gar nicht hier oh mein god ist das still kein rauschen mehr nein das Zeug ah ich kann das DINE DREEPER Hilfe 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 Skelat Skelat DINE 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 ey wir brauchen vielleicht mal ne Rüstung ja aber erst mal ein Elektron ein 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 Produzierer ja äh ein Generator meinst du ja ok wir gehen zuerst mal hier lang äh wow ich fang wieder an zu schwitzen das ist so ein Scheiße ja und du kannst noch nicht mal wenn er deinen geilen Benzinlüfter anmacht ja sonst hört man mich kaum noch ähm alter Gerücht Gerücht nein doch es ist nicht Benzin doch es ist ein Benzin Generator nein Lüfter ja er lebt noch auf dem Land er braucht Generatoren ja genauso wie wir in Minecraft wir bauen ein Haus nach dem Vorbild seines Hauses genau ja also so ne hässliche Hütte auf dem Berg ganz alleine äh ja klar neben mir Generat wir beziehen von ihm den Strom Generator Generator Diesel Generator also es war gerade übelst die geile Ader ich hab hier Metall Kohle und Aluminium in einer Ader wow sehr nice sehr nice da ein Generator wir brauchen E-Batterie wir haben bald oh geil und noch und noch dieses Light Xen sonst was Dingsbums ok wir brauchen Iron Furnace ein Iron Furnace mach ich schon mal das kann nicht nein das kann ich nicht ich hab zu wenig Eisen ja scheiße war's so jetzt kann ich ein Ader bauen ich hab noch 5 Eisen ja oh hier nicht mehr und Iron Furnace Hammer ok Alter das war richtig nice gerade diese Ader Aluminium dieses Light Xen sonst was Dingsbums warte mal hör mal zu Aluminium dieses Light Xen sonst was äh Eisen und Kohle in einer Ader wow sehr nice sehr nice wo bist du überhaupt? ach da oben irgendwo anders ach was so da oben hab ich noch Kohle gefunden ich brauch nämlich Kohle hier zum schmelzen ich stell dir nämlich gerade ähm Refined Iron her und dann haben wir schon wir haben schon dann wir haben Iron Furnace wir haben 3 Refined Iron und dann brauchen wir nur noch eine Re-Battarie und schon haben wir uns den Generator ja und dafür brauchen wir den Robert Tree und die scheiße ist Robert Tree versteckt sich vor uns genau und er hatte extra letzte er hatte extra als er gesucht hatte sich einen Waypoint gesetzt und bei ihm sind alle Waypoints weg ja leider keine Ahnung warum vielleicht hast du den Server nicht gesaved nein das liegt nicht am Server das liegt an äh dieser Minimap da die hat das nicht gespeichert ich hab alle Minimaps wahrscheinlich weil ich äh mein F2Bs neu aufsetzen musste weil das irgendwie ein Fehler hatte deswegen auch ein Enderman ich hab ein Enderman geformt äh Loading Fehler oder sowas am Anfang und deswegen musste ich das mal aus also gut dieser hier dieser Gang hier ist auch erledigt und ich hab kein Schimmer wo man wofür man dieses Xichonita braucht das Xichorium sorry du bist ganz in meiner Nähe darum ist halt ich gehe für first da ist schonmal da ist schonmal fertig da brauchen wir gar nicht mehr hin so ich hab hier wieder was neues gefunden Silver und einmal D Core okay und oh ganz viel Kohle das ist ja nice so also ich hab da zugebaut wo wir nicht hin müssen weil wir es schon ja ich baue jetzt hier grad noch kurz die ähm Kohle ab du kannst schonmal anfangen deine Sachen einzuschmelzen wieder Moment ich schmelze hier erstmal was anderes ein und zwar diesen dieses Mist Lava Ding da mach ich mal zu ja sehr gute Idee weil sonst weil ich kenn mich ich kenn mich wollte ich auch grad sagen ich schaff's da rein zu dappen und dann schaff ich auch noch zu sterben komischerweise und ich hab schon wieder so ein Stechdinger und vielleicht ja das ist ich hab Eisen gefunden was Eisen 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 ich hab mich grad einfach mal so wahllos in die Wand hier reingekommen und hab Essen gefunden sehr gut nein du hast überhaupt nicht X-Ray gell haha echt hab ich nicht hab ich nicht auch zu lügen ähm hier gibt's verdammt viele verschiedene neue Sachen ich kenn die meist ja viel zu viele von gar nicht ich guck zwar ein Fiete Beast und ein Ticket LP aber trotzdem ich hab Cinnabaur Cinnabaur ist das Cinn? Cinnabaur keine Ahnung und ich hab Green Saphir und ich hab Rubi Rubi ok hier äh Redarm 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 Folge beenden Wollen wir das? Moment, 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 erst wenn wir aus der Höhle raus sind hier Au verdammt ich sterbe gleich Nein Hilfe, beschütz mich Oh mein Gott Verfolgt mich das? Ja, es verfolgt mich Geweck Geweck Wo bist du? Ich bin beim Ofen Achso, da hinten Boah, ich bin nicht runtergefallen Geilerweise wirst du mal wieder auf der Minimap nicht angezeigt, wie immer Aber du wirst bei mir angezeigt dafür Geil, danke Ah, jetzt hab ich Blöcke gebaut und wollte was essen so weg damit So Okay 3 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 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 und ich glaube das ist erst ab Höhe 22 zu finden. Und du robst das da oben alles raus, sehr gut. Ja, ich bin der Rausropfer. Ich bin ein böser Buben. Scheiße, ich habe eine Höhle gefunden. Yay, Höhle. Scheiße, nicht yay. Runter gefallen. Boah, hier ist auch noch eine Höhle. Nein, Spinne. Ich dachte, das wäre ein Ohr. Nein, zwei Spinnen. Nee, nee, das da oben ist jetzt wirklich ein Ohr. Und die Spinne hängt bei mir. Hm. Au, au. Tut. Diny Spider. Diny. Und da schießt schon wieder ein Skelett auf mich. Hallo Skelett. Ah, Hilfe. Ich schau mal kurz hoch in die Höhle und komm dann wieder runter. Ja, okay. Ähm, blablabla. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir sind. Aua, ich habe mir schon wieder weh getan. Ich hasse dich. Ja, es ist doch egal. Die Minuten sind noch nicht so wichtig. Das Wichtige ist das Let's Play. Okay. So, jetzt, wir brauchen Rubber. Da, die zwei. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge mit dem Rubber, weil, ja. Ja, jetzt ist es erstmal so eine kleine Höhlenfolge hier. Höhlenfolge. Hölle bis Höhle. Äh, hast du Hölle hier machen lassen? Ja, ja, auf jeden Fall. Höhle. Höhle. Äh. Das ist wie in unserem Let's Play Minecraft. Ja, ja. So, rrrrrum, bam, bam, da ist ein Fakker. Meine Eisenspitzehacke ist gerade kaputte Scheiße. Boah, ich muss mal gucken, ob ich mir vielleicht irgendwie den, so ein Lightning-Mod installieren kann. Und ich, warte, hier irgendwo ab, abbauen. Mach einfach, mach einfach deine Helligkeit höher. Die ist schon ein Fall, oder? Ich hab's auf 50%. Bei mir sieht man alles super. Okay. Bei mir nicht. Äh, rrrrum. Bei mir hab ich's auf ganz bright. Und ich bin schon Level 7, unglaublich. Dass ich soweit mal komme. Level 21. Ich war's doch. Danke. Oh, hier hab ich wieder was. Wie gesagt, was ihr von mir wissen solltet, ich sage immer Danke, wenn man mich beleidigt oder sonst was. Ja, hab ich auch mal eine Zeit lang auf der Grundschule gemacht. Ja, ich find das einfach eine Sache, der sagt zwar was Negatives zu dir, aber du siehst es als was Positives. Ist dir scheißegal, was der dir sagt, aber du siehst es positiv und lässt dich nicht runterziehen. Genau, das. Ich hab ein tolles psychische Let's Play, willst du gerade machen. Ja, ja. Wir sind hier Psycho-Coaches. Coaches, Coaches. Oh, wenn man hier ein Ohr abbaut, sind gleich vier Stück dahinter. Oh, das ist einfach scheiß viel zum Abbauen hier. Ja, mein Inventar ist fast voll. Äh, meins? Sortieren, sortieren, sortieren. Oh, ich liebe das Sortieren. Okay, ähm, ich hab übrigens herausgefunden, mit Leertaste kann man gleichzeitig alles auf einmal in die Truhe packen. Aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Ich probier's gleich mal aus. Nein. Geht's auch noch weiter. Oder ist was? Also. Man braucht hier wirklich einen normalen Stein abzumachen und dann sofort findet man dahinter wieder was. Ja, also ich würde sagen, mit X-Ray, man würde hier keine 20 Blöcke weit schauen können. Ja. So. So, jetzt. Die Vorkommen sind so riesig. Ich hab jetzt schon über 64 Kohle wieder. Und ich hab schon wieder eine scheiß andere Höhle gefunden. Ich werd verrückt. Oh, äh, sortieren, sortieren, sortieren. Ich liebe das Sortieren. 100%, ich bin mir 100% sicher. Irgendwann verlaufen ich so in der Höhle, dass ich mich nicht mehr rausfinde. Ähm, weißt du zufällig, ob ich einen Iron Furnace mit einer Spitzhacke wieder abbauen kann? Nicht, dass ich jetzt irgendwie gleich schrotte. Da unten waren wir schon, aber. Egal, wir haben noch ein bisschen Iron. Ja. Alter, wir haben hier so viel, ich hab hier so viel Kohle, ich hab schon über einen Stack pro. Boah, ich mach, ich, äh, schmelz schon mal Copper ein. Das braucht man nämlich für unsere Copper Cable, für die Air Raid Bord, Jury. Copper Cabana, wie ich immer gerne sage. Äh, genau dafür brauchen wir Copper Ingrid. Die Copper Ingrid, da haben wir schon eins. Iconot, Iconot, Scheibenkleister, äh, wartet da unten, bis du, oh. So, mal gucken, ob man Spider-Eis, ne, ich hab kein Essen, verdammt. Ich will wissen, ob man Spider-Eis essen kann. Spider-Man. Ähm, weil ich hab das jetzt schon... Ich will's gar nicht essen. Ja, ich will's aber auch nur mal ausprobieren. Wart mal, wo bist du? Du bist... Wow, aua. Nein. What happened? Aua. Ich falle die ganze Zeit in eine Grube, die wir hier gegraben haben. Die du hier gegraben hast, besser gesagt. Döge. Würde ich nie machen. Ich finde dich nicht, ich finde dich nicht, ich finde dich nicht. Ja, ich war gerade hinter dir. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Da. Ja, ich hab mich verbaut. Geh da weg, geh da weg. Zack. So, Grube zu, auf Tod. Aua. Halt in mich rein! Ja. Don't hit me. So. Okay. Äh. So. Äh, komm mal mit kurz, bitte. Wo bist du? Hier. Hallo. Hier, 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 hier. Genau. Ja, weil dieser Schisskrabbel. So. Äh. Wir brauchen... Das waren meine Äppel. Mann. Äh. Au. Zack, hab ich jetzt... Ich hab noch eingeguckt Fleisch. Äh, Silber werde ich auch nachher noch einschmieren. Äh, ein, 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 ein. Einschmieren. Ja, wir haben keine... Ja, mein Inventar ist voll und wir haben kein Holz mehr für Kisten. Oder hast du noch Holz für Kisten? Äh, ne, zwei Holz. Ich weiß nicht, wieso ich Sandstein dabei hab, aber ich hab Sandstein dabei. Ja, Sandstein, das Wichtigste auf dieser Erde. Äh, ja, soll ich da mal kurz rausgehen und welches holen, vielleicht? Ne, wir gehen jetzt gleich raus und bleiben erstmal kurz draußen. Okay. Auch gut. Zack. Weil wir haben jetzt erstmal alles, was wir brauchen, oder? Soweit ich weiß. Äh, Rubber. Ja, was wir aus hier drinnen brauchen. Ja. Ja, da haben wir alles. Und ich war schon wieder Zombies überart hier. Auf meinem tollen Stereo-Headset. Ja, ich hab auch, ich hab sogar ein 5.1-Headset. Aber ich hab 5.1 jetzt in den Aufnahmen nicht an, weil sonst hört sich's, glaub ich, sehr beschissen an. Ja, auf YouTube hört sich das dann wirklich komisch an. Ja. Also ich hab, besonders wenn ich was, wenn ich, wenn ich ein Spiel spiele, das meine 5.1-Sound erkennt. Aber wenn ich 5.1 nicht anschalte, hör ich alles rechts hinten. Oder hör ich alles rechts. Das ist so heftig. Alles dann konzentriert auf dem rechten, auf dem linken hör ich gar nichts. Okay. Ich bricht uns hier grad mal so eine kleine Basis ein. Oh, und hab schon wieder was gefunden. Was geht hier so schnell? Level, also Level steigt man ja auch schneller als die Polizei erlaubt. So. Ah, ja, und... Ich weiß, wir haben kein Holz. Aber das können wir ja... Nach wenigstens Loch auf 1. Ein verkleines Loch auf 1. Ich hab schon wieder was gefunden. Das kannst du auch nicht so... Okay, äh, Loch auf 1. Oh, ist das auf 1? Ja. So, dann hier noch das Loch auf 1. Boah, scheiß Fledermäuse. Das hat mich erschreckt. Ich treff diese Fledermäuse nie. Bist du? Hallo? Was ist hier hinten? Da. Und dort. Oh, doppelte Produktivität hier. Ja klar, Eisen auch noch. Äh, weißt du was Amber bringt? Amber? Amber, warte, ich schau mal, ob ich es selbst hab. Ah, fuck. Was ist Amber? Wie sieht Amber aus? Das ist das da. Ich hab's da drauf gelegt. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Aber nimmst du mal wieder, weil ich hab keinen Platz. Mhm. Warte mal, Aluminiumohre können wir da gleich reintun, oder? Ja, da hab ich auch noch was von, und zwar 2 Stück. Yeah. Aha, schau mal, wie viel ich hab. Super, freu dich. So. Dann hab ich noch Tinohre ganz viel. Bauxit. Cinnabar. Cinnabar. Keine Ahnung, was es bringen wird. Kino, Kino. Dann noch Cruddle Oil. Ja, das hört sich fast an wie mein Name. Cruddle. Äh, dann Monazidohre hab ich auch noch. Und ich hab noch ganz viele Kristalle, Alter. Wenn du das sehen könntest, dir würden die Augen übergehen. Aha. Richtig. Ah, Moment, ich weiß nicht, ob das aufgenommen wird, wenn ich jetzt dann in das Skype-Fenster wechseln würde. Äh, warte. Ich hab's. Aluminium. Wird's dann, wird's aufgenommen oder nicht? Äh, wird noch aufgenommen, ja. Ich bin grad in Chrome reingegangen. So. Ja, nee, nee. Ob dann, ob dann, ob dann Skype aufgenommen wird, weil Skype-Fenster kannst du ja auch aufnehmen. Ja, ja. Aber nicht, dass die ganzen Namen angezeigt werden. Nee, wird bei mir nicht. Und außerdem ist es dann sowieso, äh, sowieso eine separate Datei. Datei. Also, ja, ich hätte, ja, nee, bei mir irgendwie nicht. Aber ich, 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 sonst, sonst hätte ich dir kurz mal gezeigt, sonst hätte ich dir kurz mal gezeigt, wie es hier bei mir aussieht. Aha. Äh, aber, aber, wie heißt das Ding, was, äh, oder, einfach. Warte, ich google mal grad in Tech-It-Wiki. Nee, ich wiki, ja. Äh, nee, 4.Bis-Wiki. Oh Gott. Wie, äh. Also, es gibt Amber-Blocks, du brauchst für Reaktor-Chamber. Da, Fiz-Disk-Disk-Di. Ähm. Ach so, nee, aber. So, was wollen wir nochmal wissen, was die Xichorium? Amber-Comp. Amber. 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 Oh, nix gefunden. Naja, egal, ich werd nachher, nach der Aufnahme gucken. Amber. Irgendwie Aluminium. Äh, ist voll komisch. Sieht voll komisch aus. Also, das sind ja keine Bahnen, sondern so DAS. Hörbe. Äh, nee, das ist so ein Block, Brocken halt. Ja. Monazid. Das kann man auch einschmelzen. Okay. Da hab ich eins. Ja, ja. Hey. Wann? Fünf. Ich hab vier Monazid. Forzitium bekommt man da raus, okay. Ähm, also wir schmelzen jetzt mal kurz noch in diese Aufnahme alles hier episch ein. Und dann gibt's einen kleinen Card und dann seht ihr uns übermorgen, wie wir endlich diesen Gastkorb und Rubberty, 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 yeah. Voll locker. Äh, wie wir den Rubberty finden und dann endlich unser Dings-Tabon. Und das bekomm ich auch, das bekomm ich auch. Nein, verdammt. Äh, dann das da, Z-Neighbor. Wie kann man das? Ah, gut. Ah, das kann ich mal gucken. Z-Naber. Zwei. Haben wir insgesamt zwei von. Z-Naber. Ah, wieso findet das nix? Du kriegst Quechse über da draus. Okay. Äh, ich hatte das kurz gehabt. Ja, schmeiß sie mir mal zu. Hab ich. Äh, dann Bauxit. Äh, ich kann das nicht da hochtun. Da oben ist noch was drin. Nee, geht nicht. Tin geht. Äh, ich hab dein Bauxit. Hä? Egal. Ähm, dann hab ich... Was hast du... Was hast du... Äh, die... Äh, Tin. Tin hab ich doch auch noch irgendwo gehabt. Ah, nee, das hab ich, glaub ich, schon eingeschmolzen. Zick, einmal sortiert. Cool, äh. Und apropos die Intergrundmusik, falls ihr die geil findet, das ist von KST Beats. KST Beats, genau. Geschrieben KST Beats. B-A-T-S. Also ich werd's auch, ich werd's auch in der Videobeschreibung, werd ich ihn verlinken. Dieser Channel hat echt, einfach echt tolle Beats und... Oh ja, ich hab vorhin auch ein bisschen reingehört. Ich find die Musik von dem einfach echt geil und ja. Ja, ich hab vorhin auch ein bisschen reingehört, muss ich sagen. Und die Musik war echt cool. Und, äh, vielleicht... Ja. Deshalb, deshalb, also ich... Jetzt könnt ihr die auch hören, aber... Lass ihn immer, ich lass ihn jetzt immer im Hintergrund laufen. So. Und ich muss, also halt, besonders das Gute daran ist, er ist nur Creative Comments gebunden, sprich, ihr müsst halt Creative Comments angeben bei euren Videos und dann... Könnt ihr das auch im Hintergrund verwenden. Eben, und ihr müsst ihn halt in der... Also heißt, Creative Comments heißt Namenssendung. Ja. Dass er ihn in der Videobeschreibung dann seinen Namen nennt. Genau. Damit er auch ein bisschen, äh, wenigstens... Ja, damit er... Damit man weiß, okay, die Musik ist von ihm. Ja. Und, äh, ich sprenne mal hier oben weiter ein. Zuck, Aluminium. Äh, da, 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 wo ist mein Aluminium? Da. Ich schmeiß dir mal das... Aluminium hab ich auch voll viel. Ja, ich hab's dir mal dahingeschmissen. Ja, danke. Lead Ingot. PB. Einfach nur PB, okay. Wir haben Lead Ingot. Da nimm du auch. Ich hab keinen Platz mehr im Inventar. Ne. Was ist das für ein Material? Lead Ingot. Keine Ahnung, was das ist. Dark Syphorium. Äh, sonst kann man hier nichts weiter einschmelzen. Okay. Und wir... Ich hab... Hast du das Silber? Hast du das Silber? Schau mal, was da oben drin ist. Ja, ja. Ich hab, äh, Crude Oil. Hier hast du nen Silberbaden. Geil. Das bringt mir bloß nichts. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Was passiert mit dem Crude Oil? Da passiert gar nichts mit. Aber Bauxit. So, jetzt haben wir Bauxit da drin. Die Frage, passiert da was? Gut. Nein, da passiert gar nichts. Huch. Hey. Ah no. Wieso musst du alles einsammeln? Weiß nicht, weil ich näher davorstehe. Sonst kann ich dann nichts einschmelzen. So, ich hab jetzt alles eingeschmolzen. Zah. Ich auch. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge unsere Sachen hochlaufen und die Sachen gut verstauen in unseren epischen, geilen Regalen. Ja, wir müssen noch mehr Regale bauen. Oh ja, das werde ich machen. Nein. Wir machen zuerst nen Keller. Wir machen zuerst nen Keller. Ja, da bin ich ja sowieso schon dran. Ähm. Okay. Während das hier noch einschmelzt und du mir alle XP hier klaust, obwohl du sowieso schon genug hast. Ich bin nicht weiter, ich bin nicht von den XP weitergegangen. Komm. Achso. Okay. Nein, das ist dunkel. Sorry Zuschauer von Sir Credox. Alles wieder gut. Ah, ich weiß. Ah, ich. Es kann auch sein, dass es an meinem Monitor liegt. So, kommst du mal mit. Kommst du mal mit. Ich weiß, wo der Ausgang ist. Don't hit me. Please. Außerdem, wieso hast du da was weggebaut, alter? Oh, dann. Ich hab nichts weggebaut, eben unverläutig. Zuck. Au. Verdammt. Scheiß Skelett. Ah, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Glut, 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 glut. Kann ich das essen? Oh, dann geh. Ja, das kann man wirklich essen. Aber ich bin vergiftet. Nein, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Wo bist du? Nein, ich lebe, ich lebe. Hier. Sehr gut. Komm hier hoch. Zuck. Ne. Ne. Ich treff den Block nicht. Oh, ouch. Wop, 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 wop. Zack, 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 zack. Unsere richtig geile Trapper aus Cobblestone hier. Nicht nur Cobblestone, auch Cleanstone teilweise. Hm. Okay, ich bin oben. Äh, Home Sweet Home. Da ist es. Und sorry, dass hier einfach immer nur das gleiche, die du im Hintergrund hört. Äh. Bei mir, ich hab ne Playlist, die 6 Stunden geht. Ich glaub, ihr werdet ziemlich viel Video erleben, wo dann was anderes läuft. Okay, muss ich mir auch noch laden. Nachher. Also, sorry für meine Render Distance, aber anders geht's nicht. Auf was hast du die jetzt? Ganz, äh, Tiny. Okay, mach ich auch mal kurz. Just for fun. Ich will wissen, wie das bei ihr aussieht. Ja, geht doch. Also, so schlimm ist das doch gar nicht. Also, ich find's schon ein bisschen nervig, weil's wirklich saukurz ist. Du siehst echt gar nicht. Oh ja, stimmt. Ja. Äh, okay, dann mach ich wieder auf. Nein, nicht normal. Ja, okay, mach ich einfach mal normal. Vielleicht funktioniert's ja. Wenn nicht, schalte ich wieder runter auf Short plus 32. Ah, und ich muss was trinken. Mein Hals ist so f*** trocken. Ich hab trinken neben mir stehen. Willst du was abhaben? Kann ich dir mal kurz durchs Video geben? Okay, das war früher. Wie vorhin. Also mal Optionen. Jetzt stelle ich meine Render Distance mal auf Short plus 32. Und hoff mal, dass nicht wieder mein Decke, äh, mein Ding jetzt hier abschmiert. Joa, OilScent baut man ja übelst, äh, nicht, oder? Doch, OilScent? OilScent? OilScent. Äh, baut man übelst schnell mit einer Eisenspitze ab. Das geht nicht mal in ne Sekunde. Hab ich grad herausgefunden. Ja klar, das baut man mit der Hand ab, wie Sand halt. Nein, äh, achso, echt? Ja. Schaufel geht noch schneller. Okay. Äh, wo ist hier unser cooler Aufgang? Au. Scheiße, ihr habt wieder nur 10 Frames. Also ich mach jetzt noch was kurz wieder. Optionen, Grafikeinstellungen. Ich stelle sich auf Short plus 32. Sondern Short plus? Short plus 16. Ne. Da kann ich auch hoch. Zack, da auch. Deswegen würde ich sagen, du stellst jetzt auch auf Short plus 16. Sonst sieht man unterschiedlich viel. Und das fände ich fies. Ja, okay, mach ich sofort. Wenn ich hier den scheiß Weg hochfinde. Ich brauche mir jetzt einen neuen, ja. Ich weiß, wo es hochgeht. Auf der Seite, auf der linken Seite vom Berg. Ach, stimmt, ja. Und dann in den nächsten Folgen werde ich auch noch mal so einen coolen Weg hier hochbauen. Äh, wir haben doch gar keinen Kat gemacht. Scheiße. Kein Kat. Katka. Katka. Äh, ja, egal. Dann sind wir halt jetzt schon in der neuen Folge. Ohne Begrüßung. Nein, bei mir noch nicht. Bei mir noch nicht. Also wir machen jetzt... Also ich stehe jetzt hier unten am Berg, aber wir machen jetzt einen Kat. Also dann... Bis zum nächsten Folge. Bis zum nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao.